Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal um die Sony A6700 gehen. Kurzer Hinweis vorweg, wer sich für die technischen Details, Neuerungen etc. im Detail interessiert, dem verlinke ich in der Videobeschreibung mein Video auf dem Kanal von Allmedia. Da bin ich eben genau darauf eingegangen und habe die Kamera vorgestellt. In dem Video hier soll es rein um meine persönliche Meinung gehen. Denn man könnte es jetzt Review nennen, wir belassen es einfach bei meiner persönlichen Meinung. Denn ich war jetzt ein paar Wochen mit der Kamera unterwegs, habe verschiedene Anwendungsszenarien ausprobiert und so weiter. Und ja, habe mir auch ein Bild von den Neuerungen im Inneren der Kamera gemacht. Bevor wir auf das Innere der Kamera zu sprechen kommen, ich habe hier vorne dran jetzt gerade das 1835-Kit-Objektiv. Also quasi die zweite Option neben dem absoluten Standard 1650, glaube ich. Ja, das ist ein Objektiv, das habe ich jetzt nicht sonderlich viel benutzt. Es ist okay für den Einstieg, so wie jedes Kido-Objektiv. Aber ja, der ist ein bisschen ambitionierter fotografiert. Der kommt sowieso irgendwann an den Punkt, wo er sagt, das muss weg. Ich brauche eine Festbrennweite, ich brauche ein gutes Standard-Zoom, ich brauche ein Tele und so weiter und so fort. Oder ich brauche zumindest ein sehr gutes Allround-Zoom-Objektiv. Und ja, das ist ein solides Objektiv, aber halt kein sehr gutes. Deswegen habe ich die Kamera eher mit Vollformat-Objektiven getestet. Vor allem mit dem Sigma 150-600, um mir ein Bild über den Autofokus zu machen. Bevor wir zu dem Autofokus zu sprechen kommen und ich meine Lobeshymnen vortragen kann, kommen wir mal kurz zu dem für mich persönlich allergrößten Kritikpunkt an der Kamera. Und zwar ist das der Sucher. Ich arbeite normalerweise mit einer Sony A7 IV und als Backup-Kamera mit einer Sony A7 III. Die haben jetzt beide keine überragenden Sucher, aber die sind solide. Dass der Sucher hier relativ klein ist, ist natürlich APS-C-typisch völlig normal. Als ich das erste Mal durch den Sucher geguckt habe, habe ich wirklich gedacht, die Dioptrien wären falsch eingestellt. Aber nein, der Sucher sieht halt leider so aus, wie er aussieht. Man gewöhnt sich einigermaßen dran, aber ich finde ihn für diese Preisklasse wirklich nicht gut. Ich muss sagen, ich finde ihn sogar so schlecht, dass ich ihn eigentlich nicht nutze. Und ich bin jemand, der normalerweise immer seinen Sucher benutzt. Außer ich arbeite bodennah im Hochformat, dann mache ich mir das Display zunutze. Ansonsten arbeite ich zu 95% durch den digitalen Sucher. Das war auch einer der Gründe, warum ich mit der Sony ZV-E10 nicht viel anfangen konnte. Es war für mich eine reine Filmkamera, weil sie halt gar keinen Sucher hat. Und für mich ist das bei einer Foto- oder auch Hybridkamera ein absolutes No-Go. Ich brauche auf jeden Fall einen Sucher. Gerade wenn es um die Wildlife-Fotografie geht. Du hältst die Kamera auch einfach stabiler, wenn du durch den Sucher guckst. Du hast das Problem tagsüber nicht, dass du von der Sonne geblendet wirst und so weiter. Deswegen ist ein Sucher für mich schon ziemlich, ziemlich wichtig. Ich komme von der Sony A7 III ursprünglich. Bin also jetzt auch nicht super verwöhnt, was das Thema Sucherqualität angeht. Hier ist es mir aber sofort bei der ersten Nutzung aufgefallen. Na, ist jetzt nicht so der absolute Hammer. Vielleicht habe ich zu hohe Ansprüche für eine APS-C Kamera. Aber wir reden hier über eine APS-C Kamera mit einer UVP von 1699 Euro. Da darf der Sucher meines Erachtens nach schon ein bisschen besser sein. Ja, ansonsten ist der Buddy aber hervorragend. Super verarbeitet. Wir haben genug Knöpfe. Wir haben keinen Joystick, was mich nur sehr bedingt stört. Ich sage mal, das einzige Anwendungsszenario, wo ich den Joystick mal brauche, ist, wenn ich kleinere Tiere fotografiere. Und mit einem Punktfokus arbeite. Aber das passiert halt auch einmal im halben Jahr. Von daher, ja, ich kann bei dem überragenden Autofokus, der hier in der Kamera arbeitet, auf jeden Fall auf einen Joystick verzichten. Weil ich den Joystick eigentlich nie brauche, weil der Fokus halt einfach über das gesamte Bild immer da sitzt, wo ich ihn haben möchte. Und, ja, kommen wir direkt zum Thema Fokus. Weil das ist halt einfach das Thema, was mich bei dieser Kamera hier sehr beschäftigt hat. Und das im positiven Sinne. Ich war damit unter anderem Rehe fotografieren. Und das war schon eine sehr anspruchsvolle Situation. Die waren jetzt natürlich nicht super hektisch. Aber ansonsten haben wir Gräser im Vordergrund, was beim Thema Autofokus immer ein riesen Störfaktor ist. Fängt an zu pumpen, fokussiert aufs Gras, sieht das Auge nicht. Gar kein Problem. Wie gesagt, ich arbeite normalerweise mit der Sony A7 IV und es war sofort ein spürbarer Unterschied da. Beide Kameras benutzen mit dem Sigma 150-600 und der Autofokus ist spürbar besser. Beispielsweise beim Thema Wildlife-Fotografie. Es war dunkel. Ich habe Gräser im Vordergrund. Das Rehe leuchtet da jetzt nicht im Feld. Aber der Fokus saß einfach immer. Also im Prinzip haben die Fotos sich wirklich von alleine geschossen. Ich stelle die Blende ein, so offen wie irgendwie möglich. ISO ist auf Automatik. Verschlusszeit so gering wie möglich, weil das Rehe sich halt nicht sonderlich viel bewegt. Und den Rest macht halt die Kamera, weil der Autofokus überragend gut ist. Und halt einfach aktuell mal wieder die Messlatte, gerade im APS-C-Bereich, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Beim Thema Filmen sind wir hier auch gut unterwegs. 4K 60 oder 4K 120 mit Crop. Das macht natürlich auch Spaß. Zum Vloggen sind wir mit dem Display hier auch sehr gut bedient. Beim Thema Display, das habe ich damals bei der Sony A7 IV ja schon in Anführungsstrichen bemängelt. Als die A7 IV vorgestellt wurde und ich gesehen habe, dass die endlich, weil wie gesagt, ich komme von der A7 III mit dem sehr bescheidenen Display, dass ich eben so im Hochformat arbeiten kann, war ich Feuer und Flamme. Als dann irgendwann die Sony A7 IV vorgestellt wurde und ich gesehen habe, was die für eine Mechanik beim Display hat, naja, da war meine Euphorie relativ schnell relativiert. Dementsprechend auch hier, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die Mechanik des A7 R5 Displays verbaut ist. Es ist okay, es hat aber gerade jetzt bei Arbeiten auf dem Stativ hier beispielsweise den Nachteil, um nur einen zu nennen. Wenn ich jetzt so auf dem Stativ arbeite und ich möchte das Display rausklappen, ja dann ist die erste Bewegung erstmal ins Nichts. Das Display geht nach vorne, muss ich erstmal umklappen. Viel umständlicher, als es vorher war. L-Winkel arbeiten ist mit dem Display auch relativ mühsam. Dementsprechend, es ist okay, aber bei der A7 R5 ist es halt schon schicker, weil von innen haben wir einige Funktionalitäten der A7 R5 übernommen. Wir haben endlich Fokus Bracketing, also das Fokus Stacking in Camera. Vermisse ich bei meiner A7 IV ehrlicherweise schon ab und zu. Ich mache gerne mein Fokus Stacking, sowohl beim Thema Makrofotografie, wenn es jetzt irgendwie um Insekten, Pflanzen oder dergleichen geht, aber auch in der Landschaft, weil ich viel mit Ultraweitwinkel arbeite, mit sehr nahen Vordergründen, um einfach Größenrelationen zu zeigen, Bilder zu strecken und so weiter. Ja, und da wäre so ein integriertes Fokus Stacking schon sehr, sehr nützlich. Das mache ich dann halt händisch. Ist jetzt kein Beinbruch, aber ist ein Feature, was ich definitiv vermissen werde, wenn die Kamera hier wieder zurückgeht. Das ist nämlich ein Leihgerät von Allmedia Dienstlacken. Vielen Dank dafür, dass Sie dieses Video hier ermöglichen. Ja, und ansonsten ist die Kamera eigentlich eine 10 von 10, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nicht bei dem Preis. Wir reden hier über 1700 Euro. Was kriegen wir alternativ für Sony? Ich bleibe jetzt bei Sony, weil die meisten Leute, die sich dieses Video hier anschauen, die werden schon irgendwie im Sony-Universum unterwegs sein, haben eine ältere APS-C, haben vielleicht ein Vollformat und so weiter. Dann kriege ich für weniger Geld eine A7C Vollformat, eine A7 III auf jeden Fall deutlich günstiger. Klar, die ist jetzt auch alt, die hat mit diesen Autofokus-Features überhaupt nichts zu tun. Aber wir sind auch bei der A7 IV relativ nah dran preislich. Ich glaube, die liegt momentan so bei 2100 Euro, haben also eine Differenz von 400 Euro zwischen APS-C und Vollformat. Da tue ich mich so ein bisschen schwer mit. Klar hast du hier den Vorteil, wir sind hier sehr, sehr klein und leicht unterwegs. Das darf man nicht kleinreden. Dafür haben wir aber natürlich auch die Nachteile beim Thema APS-C. Da würde ich dir vielleicht generell empfehlen, wenn du da noch nicht so hundertprozentig im Bilde bist, schau dir mal die Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile von APS-C und Vollformat an und wäge erstmal für dich persönlich ab, ist APS-C das Richtige für mich oder wäre Vollformat vielleicht doch der bessere Schritt. Du kannst natürlich all deine Vollformat-Objektive auch an der A6700 verwenden. Genau aus dem Grund finde ich persönlich, dass die A6700 vor allem für die Leute interessant ist, die schon eine Vollformat-Kamera haben. Für mich beispielsweise, wenn der Preis nicht wäre, mir die Kamera jetzt jemand schenken würde, wäre meine A7 III sofort weg und das hier wäre meine neue Zweit-Backup-Kamera. Gerade jetzt für die Wildlife-Fotografie war das super praktisch. Die Kamera liegt trotz des großen Objektives immer noch sehr, sehr gut in der Hand. Ich habe außerdem noch den 1,5-fach Crop-Faktor, wenn ich ihn dann brauche eventuell. Und ob ich die jetzt dabei habe in der Tasche oder nicht, das macht halt gar keinen Unterschied. Deswegen auch auf längeren Reisen, um eine Backup-Kamera zu haben, wäre das hier super ideal. Das Thema Sucher, ich könnte vielleicht drüber hinwegsehen, wenn der Preis nicht so hoch wäre. Ja, ich sage mal, für mich persönlich wäre wahrscheinlich hier bei der Kamera 1.200 Euro so ein Sweetspot gewesen. 1.700, da bin ich persönlich definitiv raus. Du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Was wäre für dich persönlich ein angemessener Preis für diese Kamera hier? Sagst du 1.700 Euro ist voll okay oder sagst du auch ein paar hundert Euro ist die vielleicht schon drüber? Aber das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Davon ab kriegt man hier definitiv die allerneueste Technik in einem sehr, sehr kleinen Body mit einer riesen Objektivauswahl für Sony. Und für alle Neueinsteiger oder für Leute, die eine Zweitkamera suchen, ein Upgrade suchen von einer bereits bestehenden APS-C. Beispielsweise von der A6400. Aber ja, da reden wir momentan von 1.000 Euro Differenz. Und ganz ehrlich, der Autofokus der etwas älteren Sony-Modelle ist ja nicht schlecht gewesen. Der war auch schon sehr, sehr gut. Der ist halt einfach so einen Ticken besser. Und dann musst du halt für dich wissen, ist es für dich wichtig, ja, 9 von 10 scharfen Bildern zu haben, statt vielleicht 7 von 10. Dann ist das die Go-To-Kamera, wenn du sagst, ja, wenn es 7 von 10 sind, dann ist es auch völlig okay. Dann gibt es für den Sony-Bereich definitiv günstigere Alternativen, die technisch immer noch völlig ausreichend sind. Gerade für den Hobby-Bereich. Ich hoffe, ich habe die Kamera nicht zu negativ dastehen lassen, weil technisch ist das hier eine Glanzleistung. Ich würde mich immer sehr dafür interessieren, was deine Meinung zu der Kamera ist. Schreib es gerne mal unten in die Kommentare rein. Wir können da auch gerne angeregt, konstruktiv darüber diskutieren, wenn ihr anderer Meinung seid. Einfach mal unten in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt. Das soll es soweit gewesen sein zur Sony Alpha 6700 und meiner persönlichen Meinung. Ganz wichtig, meine persönliche Meinung zu der Kamera. Man kann eine andere haben, gar kein Problem. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, hau rein. Ciao. Ciao.